Ich schnitzel dich! Ne, ich schnitzel dich! Ja! Eintop! 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 Ich hab alle 3! Ja! Schöööööööe Leute! Herzlich willkommen zu einem weiteren Video und ich bin nicht allein, ich hab die Simi mit dabei. Hi! Die Beule! Hallo! und der, wo sie hinter mir versteckt, der Franzi. Der hätte es keiner erwartet. Und wir spielen heute mal eine Runde Smash. Ich weiß nicht, das kennen glaube ich noch nicht viele. Dieser Spiel ist auch noch nicht zur Verfügung so in dieser Ausführung, wie wir ihn gerade spielen. Und zwar können wir hier einfach ganz normal unser Kit auswählen. Und ich nehme... Ich habe noch nicht jedes gespielt, ich bin ehrlich. Aber mit dem, wo ich immer am meisten spiele, ist Äxten und Tor. Und deshalb spiele ich erstmal mit Äxten, weil ich den am meisten spiele und ich damit gut umgehen kann. Und dann sollte man noch für eine Map baut, nicht in Poké-Arena. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns ingame. Bis gleich. So Leute, wir sind jetzt ingame. Und ihr seht schon, es ist ganz normal aufgebaut wie Smash. Und da kann ich auch schon meine Fähigkeit einsetzen. Das ist rechtsklick. Damit kann ich so eine riesen Druckwelle erzeugen am Boden. Und dann gibt es auch den Standard Smash, den wo jeder hat. Wo man einfach mit Shift einfach so eine Druckwelle macht. Und ja, da haut man auch ordentlich rein, würde ich wohl sagen. Aber erst fliegen die anderen nochmal ein bisschen weg. Und da ist auch IT. Komm mal her. Ich kriege dich. Oh Gott. Oh, bin ich gerade richtig? Natürlich nicht. Ich habe keine Ahnung, was mein Spell macht. Aber hey. Ich weiß nicht. Ja, Frau. Das Ding ist irgendwie so Feuerkugel. Achso, ich habe eine Bombe. Nein. Ich habe dich getötet. Oha. Ich habe dich getötet. Sorry. Vor Absicht. Oh nein. Okay. Gut, ihr seht schon, jeder Champ hat eine andere Fähigkeit. Und da ist auch IT. Und der hat, ja, ihr habt es gesehen, in seinem Bereich, ist man einfach langsamer. Und er macht mir Schaden. Aber trotzdem kriegt er mich nicht. Oh, tschüss, IT. Tschüss, tschüss. Ich lebe noch. Nee, lebe es nicht mehr. Ah. IT. Ja. Geilo. Yes. Tschüss, tschüss. Nein, der kommt Franzi. Nein. Der war mies. Franzi war richtig mies. Ach, Mann. Oh, ich dachte schon, du schaffst es wieder, ne? Ja, das wäre zu schön gewesen. Zu schön, um Arte zu sein. Nein, nicht so. Ich kriege die. Ich weiß auf jeden Fall, wer gefokust wird. Nein. Was wäre das? Hey, wo ist er denn hin? Ja, jetzt bin ich ja der Weste da. Ja, ja, ich bin der, ich kriege dich, Mr. Psycho. Oh, Mann. Tja, ich komme halt aus dem Kriegsgebiet und habe verstörende Gedanken. So, wie es in der Beschreibung steht. Das steht da so. Was steht da in der Beschreibung? Nein, der Kippe schreibt, dass ich aus irgendeinem Kriegsgebiet komme oder so. Ach so, okay, wo kommst du denn her? Ja, keine Ahnung, aus, ähm. Ich habe, ich habe Marius Blitz. Wir würden spüren. Aus Hawaii. Oh, jetzt bin ich schneller. Oh, cool. Puppe, ich kriege nach. Ja, nein. Nein, ich kriege mich nicht hier, Otto, leider. Was denkt immer? Ich habe, dass du ihn wieder überlebt hast. Oh Gott. Ja. Nein, ich kriege mich nicht hier. Doch, kriegen wir nicht. Doch, ich kriege mich. Wir haben dich, Eiskaffee-Konferenz. Ja, ich bin, ich lebe immer noch, ne, ich habe nicht nicht bekommen. Ja, ja, ja. Ja, guck doch, hier, hier komme ich. Du bist ein Ob, der das überlebt hat. Ja, doch. Jetzt fange ich schon auch schon an. Ich wollte schon wieder sagen, du, Otto, aber jetzt hast du verkackt. Sie, wer hat dich getötet? What the fuck? Du hast eigentlich nicht endlich rausgeschmissen. Du hast Frans getötet. Wie alt, ja, machst du dein ganzes Nacht, dass du zu glaubst. Ich mache und fertig. Nee, machst du nicht, alt. Ich bin schon wieder tot, Alter. Oh Mann. Oh, nein, 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 nein. Komm jetzt. So, bis jetzt. Also, am meisten Leben hat noch eigentlich am Simi. Ja, hat's. Nee. Wir sind eigentlich alle gleich ziemlich. Bis auf Simi, die hat noch ein Leben. Ja, die klappt sich jetzt auch als erstes weg, Mann. Hey, du kannst dich Simi töten. Das ist, leh nicht ab, nee. Immer auf die Frauen hier, Alter. Ja. Ja, nein, weil du mich getötet hast. Rache. Rache ist Bockwurst, oder? Nee, Rache ist süß. Warte, weil ich gebe mir immer die Items. Geh mir immer die Items. Süßes, oder? Oh, ich habe einen Whopper, oder? Eine Invektor-Bombe. Wer will eine Invektor-Bombe? Ich. Ich. Du bist echt nie. Oh, hat nichts gebraucht. Oh mein Gott. Hat irgendwie gar nichts gebraucht. Ja, ich finde schon noch was Gutes, wo ich dich raushabe. Eine Gräber-Bombe. Ich habe noch kein einziges Item bekommen. Die liegen in den Ecken. In die Ecken. Ja, ich weiß. Ich suche gerade die ganze Zeit ab. Wo bin ich denn? Nicht hier. Na, wo ich nicht bin. Nein. Alter, ich habe alles weggebomben. Nein. Ist halt echt so. Aber ich stehe da vom Minus. Der G zu dem G, würde ich mal sagen. Warte mal. Wie kann es nicht noch... Franz, nein. Böse. Hab sie, oder? Nee, hast du nicht. Voll. Okay, okay. Nee, hast du noch nicht. Du bist so scheiße. Ich habe den Schmalepas. Nee. Oh, Alter, der gesessen. Nein. Nein, das ist auch nicht jetzt noch. Der war wuss. Jetzt bin ich gespannt. Warte, warte, warte. Jetzt bin ich gespannt, wer von euch beiden gewinnt. 2000 Jahre später. Oh, shit. Alter, der ist gesessen. What the fuck? Das war ein Smash. Die Team war uns. Wie wir sagen, das war eine Runde. Bis gleich. So, Leute. Nächste Runde. Und ich bin Thor. Und wir spielen auf der Map Q. Weil ihr seht schon, hier ist alles gecubed. Und ich sehe da hinten schon wen. IT. Shit. Ich will sie nicht. Warte mal. IT, welchen spielst du? Die verdammte Klinge. Ah, scheiße, Alter. Ich glaube, du spielst in dem, wo Franz hat... Franz, komm her. Also, Franz hat schon viel... Alter, wie schnell, dass man hier Prozente bekommt auf diesem Map. Wenn man halt einfach so eng ist auf dem Gebiet. Oh, yes. Oh. Nein, nein, nein. Ich bin nicht runterfallen. Oh, ja. Geil. Oh, ja. Ich schnitzel dich. Nee, ich schnitzel dich. Ja. Oh, jetzt... Nein. Oh, IT. Ich habe alle drei. Ja. Alles klar, Tobi. Drei-Fach-Töter. Ich auch. Ja, ihr könnt nämlich aber alle schnitzeln. Ich bin der Einzige mit drei Leben noch. Macht euch nicht nur meine Stimme lustig. Doch, das machen wir schon immer. Ey. Bist du so geboren worden? Bist du so geboren worden? Was war das für ein Art, man? Franz. Boah, wie weit hat sie... Warte, hier ist Essen. Nein, Tobi. Das war mein Essen. Das war mein Steak. Oh, klasse. Steak. Mann. Das ist ein wirklich ziemlich cooles Steak. 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 Dieses Steak kannst du jetzt bei Steak Steakie erwerben. Steak Steakie. Kommen Sie mal heute vorbei und essen Sie Steak. Oh, klasse Steak. Dass du groß und stark wirst. Aber krieg mal rein. Ich lucke nicht. Mit den richtigen Eiweißen. Mann, Franzi. Ach, waren die verkackt. Ich hatte aber Prises. Nee. Mit 300% steht man eh automatisch. Also ob, ernsthaft? Ja, ja. Ey, ich bin jetzt draußen. Wann kann ich mich immer mal retten? Nee. Und kommt drauf an, wo du bist. Ich bin draußen. Du kannst ja auch einen Ecksprung machen. Du kannst eigentlich zweimal doppelspringen. Das weißt du. Oh mein Gott. Jetzt hätte ich die Feier gehabt. Alter, die Arena hier unten schon, ne? Ja, ja. Wir zerlegen ja alles, Franz. Und ich bekomme dich jetzt auch noch. So, komm her. Bam. Na. Kann man jemand helfen? Bist du tot? Ich habe mich selbst rausgeschmissen. Ja, ja. Und was geht dann im Chat, dass ich dich getötet habe? Kann man jemand helfen? Ich habe mich... Was ist denn? Ich bin aus. Da ist mein Name-Text. Ich sehe dich. When I see you again. Ich glaube, das ist eine Falle. Oh, ich habe einen Base-Rust. Ja, save, Alter. Ich stehe jetzt seit fünf Minuten draußen. Warte mal, ich... Seit fünf Minuten, so lange geht das Game noch nicht mal. Nein! Ich bin so blöd. Ich helfe dir nie wieder. Ich bin auch tot. Und ich bin ausgeschmissen. Oh, ich bin wieder hoch, eine Etage höher. Hey, Alter, spielst du den gleichen Schramm wie ich? Nee. Okay. Sind wir schon draußen? Ja, habe ich doch gesagt. Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen. Oh, Gott. Nein, ich bin runtergefallen. Bronsi! Oh, 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 oh. Das war eine Etage höher. Mir ist das hier zu dangerous. Ich bin wieder oben. Komm doch her, wenn du dich traust. Kleine Maus. Nee, ich bin keine kleine Maus. Zieh dich aus, kleine Maus. Nein. Oh, Gott, oh, Gott. Was geht denn jetzt ab? Ich kriege den. Wir zerlegen die Map. Oh, mein Gott. Alter, was ist das? Alter, ich bin gleich tot. Ich rege, Gott, Alter. Es geht alles zu schnell gerade. Ja, es ist wirklich so, Mann. Kreise, es ist wie ein Auge. Rest in Peace, Frame Rate of YouTube. Ja. Wahrscheinlich nur noch Pixi-Pri, weil es so schnell kotieren muss. Oh, mein Gott. Da waren Blitzis. Wir haben ihn gleich. Dann durfte ich den Rettungsverfahren haben, ne? Oh, mein Gott. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich will wieder rein. Lass mich rein. Lass mich rein. Boah, Alter, was ist denn? Wie viele Prozente habe ich, IT? Genug. Ich kann es nur noch nicht lesen, IT. Genug. Anbestens fünf. Deine XP Leistung sind deine Prozente. Ah, okay. Hey, sieben sich. Doch, jetzt stirb endlich, Franz. Du bist der einzige, der nur zwei Leben hier hat. Franz. Hey, das geht nicht. Ich gehe einfach in die Etage höher. Nein. Ich werde jetzt beinahe auf die Etage gekommen von meinem Niveau. Franz, komm da runter. Hey, hier ist gerade auch immer nach oben gegangen. Ich nicht. Oh, Alter, was war... Alter. Nein, 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 nein. Oh. Ja. Komm. Nein. Das ist, ob du da draußen hängst. Ja, ich habe eine Rettungsplattform, du Lutscher. Nö, nö. Nö, nö. Oh, Scheiße. Nein. Nein. Nicht schon wieder. Als ob ich keine Runde gewonnen habe. Ich hab ihn! Was denkst du? Loll, ja, easy! Als ob er einfach schon wieder gewonnen hat Ich bin schon wieder nicht im Ranking, weiß ich Ich hatte ne dreifach Töten Ne dreifach Töten, ich bin nicht im Ranking Sie... ne... ne... Nö... ne... Nö... 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 So Leute! das war's mit der Folge Smashed ich hoffe die hat euch gefallen wenn ihr wollt dass ich mehr Smash spiele schreibt es ja unbedingt in die Kommentare dass ich weiß ob ihr das sehen wollt oder nicht und ansonsten gibt es noch wieder nicht mehr zu sagen danke dass ihr mit dabei wart gerne kein Problem macht's gut bis zum nächsten Mal Rienke schön Ciao Ciao